Guten Morgen und herzlich willkommen bei Sitzungswoche Sprechstunde. Wieder klassisch gewohnt außerständigen Vertretungen in einem Corona-Setting. Ich hoffe, Ihnen zu Hause geht es gut. Wir haben heute einen sehr spannenden Gast. Thomas Heilmann ist bei mir. Er ist Mitglied des Bundestages der CDU-CSU-Fraktion. Herzlich willkommen. Danke für die Anladung. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch, denn man kann sagen, Sie sind ein sehr emsiger Mensch. Sie haben sehr viel in Ihrem Leben gemacht, sehr viele unterschiedliche Stationen. Und alles führte halt dazu, dass Sie 2017 in den Bundestag gezogen sind. Und wir werden uns heute wieder über Ihre Vita, über Ihre politische Agenda unterhalten. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie können gerne Fragen in den Chat stellen. Wir haben am Ende noch etwas Zeit, um diese zu diskutieren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie Rückmeldungen, irgendwelche Nachfragen zu fachpolitischer oder auch ein bisschen zu persönlicher Natur haben. Ich nehme Sie gerne auf. Herr Heilmann, fangen wir mal bei Ihrer Vita an. Sie sind 1964 in Dortmund geboren, sind dann 1980 in die CDU eingetreten, haben ein sehr gutes juristisches Staatsexamen gemacht, in Bonn studiert, haben Zivildienst gemacht. Eine relativ, ich würde sagen, gutbürgerliche. Ich habe noch gedient. Sie haben noch gedient, natürlich. Für mich ist das schon wieder so alles weit weg. Aber Sie sind, erst mal, Sie haben Ihre Wurzeln in Dortmund, Nordrhein-Westfalen und sind mit 16 Jahren schon in die CDU eingetreten. Können Sie für mich beschreiben, was die Themen waren, die Sie politisiert haben? Was war damals das Thema oder der Umstand, der Sie für den Parteibeitritt motiviert hat? Also erstens komme ich aus einem Haushalt, in dem sehr viel über Politik diskutiert wurde, mit durchaus unterschiedlichen Meinungen. Ich habe fünf Geschwister und bin der fünfte von sechs Kindern gewesen und bin sozusagen mit dem Thema Politik, das wurde bei uns Zeitung gelesen. Das war einfach ein sehr präsentes Thema. Und das zweite ist, Dortmund wurde damals als die Hauptstadt der Sozialdemokratie verstanden und mit 70 Prozent Ergebnissen für die SPD. Und dann nicht in die SPD einzutreten, sondern die CDU war fast ein revolutionärer Akt. Also noch viel mehr, als wenn man heute zu den Grünen ginge. Das war sozusagen extrem ungewöhnlich. Und außerdem gab es in Dortmund, damals ein Oberbürgermeister, der hieß Samtlebe, der wurde immer Amtleber genannt, weil er 16 Jahre im Amt blieb, obwohl er eine ganze Reihe von Skandalen, die man heute glaube ich alle auch nicht mehr überleben würde, politisch meine ich, hinter sich gebracht hat. Insofern war es eine gewisse Protesthaltung, wenn man so will. Aber gab es da eine Persönlichkeit oder irgendetwas, was Sie aus der Zeit, dann wahrscheinlich so Ende der 70er, während Ihrer Jugend, Anfang der 80er besonders motiviert hat? Erinnern Sie sich an etwas, an ein Ereignis, an eine Persönlichkeit, die sagt so, ja, das wird nicht die SPD hier in der Herzkammer, sondern die CDU wird meine Partei. Na, ich fand die, deswegen bin ich auch zur Bundeswehr gegangen, ich fand die sogenannte flexible response, wie man das damals nannte, zu sagen, also wir wollen selbstverständlich keinen Krieg, aber wir müssen uns auch gegen einen Angriffskrieg verteidigen. Das fand ich eigentlich immer ziemlich überzeugend. Zumal wir ja heute, nachdem die DDR zusammengebrochen ist, wissen, dass es Angriffskriegspläne gab im Warschauer Pakt, dass das also keine, also wir haben uns nicht gegen eine Scheingefahr gewährt, sondern wir haben uns gegen eine sehr, sehr reale Gefahr gewählt. Und das Zweite, was mich auch heute in der Union hält, die Frage ist ja erledigt, ist die Union verbindet Gegensätze und unterschiedliche Ziele, die schon in einem Widerspruch stehen und vereint sie. Also die soziale Marktwirtschaft ist eben die Kombination aus sozialem Ausgleich und einer freien Marktwirtschaft. Und damit sind beide Ziele sozusagen vereint. Wir haben den Unterschied zwischen katholisch und evangelisch aufgehoben, den es heute ja faktisch gar nicht mehr gibt in der Gesellschaft, aber eine Riesenrolle gespielt hat. Und der auch ohne diesen Konflikt, weiß ich nicht, wir haben einen 30-jährigen Krieg gehabt, aber selbst die Konflikte in der Weimarer Republik sind, glaube ich, ohne dieses Phänomen nicht erklärbar. Und so ist es eben heute, dass wir zwischen Bekämpfung des Klimawandels und Erhalt des Wohlstands und einer sozialen Ordnung, weil Klimawandel ist auch eine sehr soziale Frage, ich glaube, das ist die Aufgabe der Union, diese Dinge zu fusionieren. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Mitglied der CDU bis heute. Aber Sie haben in Ihren Zwanzigern sehr viel gemacht. Also ich habe geschaut und ich musste ein bisschen genauer hinschauen, dass ich Sie auch fragen kann. Denn Sie haben juristische Staatsexamen, das erste 1988 gemacht, 1993 das zweite. Sie waren in Harvard, Sie waren zwischendurch in München. Sie haben als freier Journalist gearbeitet, unter anderem für die FAZ. Und Sie haben 1990 die Werbeagentur Delta Design mit Sebastian Turner gegründet, den man auch insbesondere hier in der Berlin-Mitte-Blase gut kennt. Beschreiben Sie mir Ihre Zwanziger, das klingt nach so viel Schaffens- und Tatkraft. Was haben Sie alles gemacht und wie kommt man auch dazu mit 26 eine Agentur zu gründen, noch bevor man das Studium abgeschlossen hat? Ja, das ist nur durch die deutsche Einheit zu erklären, nicht? Also ich habe studiert, ich habe nebenbei Journalist gearbeitet und hier und da Praktika und so gemacht und Zeitverträge gehabt. Das habe ich ganz erfolgreich gemacht, aber das ist jetzt nicht völlig außergewöhnlich. Aber ich habe in dieser Zeit bei McKinsey über das Thema Innovationsforschung gearbeitet. Und eine der Kernerkenntnisse in der Innovationsforschung ist, dass wenn Umbrüche sind, dass es dann besonders viele Chancen für Unternehmen gibt. Es können technologische Umbrüche sein, wie das Internet, aber es können eben auch politische Veränderungen sein. Und wenn Sie das einmal gelernt haben und sich dann angucken, als die DDR zusammengebrochen ist, das ist der klassische Fall einer Innovationsgelegenheit. Und dann habe ich das, was ich vorher theoretisch gelernt habe, dann sofort praktisch umgesetzt. Wir haben ja nicht nur Scholz & Friends damals de facto gegründet, sondern wir haben ja auch einen Radiosender noch gegründet, den es auch noch gibt. Das ist sozusagen historisch das Erste, was wir da gemacht haben. Und dann ist diese Unternehmerkarriere ziemlich erfolgreich gewesen. Aber ich war vorsichtig, war erst Mitte 20 und habe dann mein zweites Staatsexamen noch parallel zu Ende gemacht. Aber Sie waren insgesamt über zehn Jahre geschäftsführender Gesellschafter bei Scholz & Friends. Data Design, wie gesagt, ist ja darin aufgegangen, beziehungsweise, das ist ja eins geworden. Trotzdem haben Sie es geschafft, politisch interessiert zu bleiben, bis Sie dann 1999 gefragt wurden, ob Sie Internetbeauftragter der CDU werden möchten. Wie haben Sie es geschafft, diese intensive unternehmerische Karriere mit dem politischen Engagement zu verbinden? Also erstens in den ersten zehn Jahren zwischen 1999 und im Jahr 2000 habe ich politisch genau gar nichts gemacht. Also ich war eine bekennende Karteileiche und bin zu keiner einzigen Veranstaltung. Ich habe mich wirklich in den ersten zehn Jahren ausschließlich auf den Job konzentriert. Ich hatte ja auch noch keine Familie. Das spielt auch eine Rolle. Also das Arbeitspensum, das ich da gemacht habe, war schon sehr intensiv. Während das im Studium alles irgendwie noch normal war und ich auch in Berlin, in Bonn in der ständigen Vertretung durchaus war, übrigens auch mit Sebastian Turner, waren dann die zehn Jahre zwischen 1990 und 2000, die waren extrem intensiv. Und auch ab dem Jahr 2000 war ich zu 99 Prozent Unternehmer und habe nur Angela Merkel kennengelernt. Ich fand sie ziemlich faszinierend, was damals noch eine Ausnahme war. Das änderte sich ja dann später. Und sie war auch interessiert an meinem Ratschlag. Und insofern haben wir uns, weiß ich nicht, alle zwei Monate getroffen. Aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Das ist ja jetzt keine wirklich zeitbelastende Veranstaltung. Und erst viel, viel später, als meine Unternehmerkarriere dann schon sehr erfolgreich war und ich auch bestimmte Positionen abgegeben habe, bin ich dann halt Mitte 40 gefragt worden, ob ich Justizsenator werde. Und erst dann habe ich wirklich Politik gemacht. Vorher nicht. Wie haben Sie Sebastian Turner eigentlich kennengelernt? Ich glaube, das ist eine Frage, die die Leute immer interessiert. Kann ich Ihnen sagen, wir haben ja beide eine Begabtenförderung bekommen. Ja, genau. Sie waren bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Genau. Da gab es immer so Veranstaltungen. Und es gab eine Veranstaltung, da waren 42 Leute im Raum. Und 40 waren der Meinung A und Sebastian Turner und ich waren der Meinung B, aber wir kannten uns nicht. Und dann haben wir aber hinterher, natürlich hat man sich angesprochen, wir waren die beiden einzigen Outlaws, die anderer Meinung waren. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Dann studierten wir in derselben Stadt und dann gab es noch eins das andere. Na, ist klar. Wann sind Sie dann nach Berlin gezogen? Also ich war in New York, als die Mauer fiel. Und wir sind dann im Januar 1990 nach Dresden gegangen und haben dort unsere Unternehmen aufgemacht. Wir wollten richtig nach Ostdeutschland. Wir wollten nicht irgendwie so in West-Berlin in einer bequemen West-Wohnung wohnen und so ein bisschen in Ost-Berlin. Aber wir fanden das eigentlich richtig. Das ist, glaube ich, auch im Nachhinein richtig gewesen. Dann waren wir eigentlich so erfolgreich in Dresden, dass wir weder Mitarbeiter noch Wohnungen für Mitarbeiter gefunden haben und dann eine Filiale in Berlin aufgemacht haben. Und zwar auch schon 1990, Ende 1990. Und die wurde wiederum so erfolgreich, dass wir sozusagen schleichend dann 1993 auch das Büro in Dresden zugemacht haben, weil da arbeiteten irgendwie 15 Leute und hier 200. Dann haben wir gesagt, das ist jetzt so viel Arbeit, dann machen wir hier in Dresden ganz zu. Und Sie sind jetzt in Berlin 2012 Justizsenator geworden. Relativ plötzlich, nachdem Ihr Vorgänger nach, glaube ich, nur zehn Tagen den Posten wieder räumen musste. Können Sie mir beschreiben, wie kam es dazu? Ich meine, Sie haben unternehmerisch sehr viel gearbeitet. Sie hatten zwar Kontakte natürlich immer zur CDU und waren durchaus eine bekannte Person. Aber wie wird mein Justizsenator? Naja, der Vorgänger trat zurück und es wurde eine... Also jetzt hat die CDU hier in Berlin gerade frisch in der Regierung, sagen wir mal, in eine schwierige Situation gebracht. Und nun wurde eine überzeugende Person gesucht, die nicht eine Standard-Parteibesetzung ist. Also immer dann, wenn jemand zurücktritt, dann muss das so... Dann hat der damalige Landesvorsitzende nach einer gewissen Überlegungsphase gesagt, also der ist ja Jurist. Das war allerdings so, dass das die meisten nicht wussten in Berlin, weil ich war eben als Unternehmer bekannt. Und ich weiß noch, ich bin in die Justizverwaltung gekommen und dann wurde ich von einigen sehr beäugt. Und dann habe ich gesagt, wie kann man denn als Nicht-Jurist Justizsenator werden? Und als ich ihm dann sagte, ich hätte zwei juristische Examen, beide auch sehr ordentlich und wäre gefordert worden von Begabtenförderung, da merkte man so, da entspannte sich das Gesicht und sagte, okay, da ist ja doch einer von uns. Das ist eine gewisse Hochnäsigkeit von Juristen, die ist schon sehr enorm. Ich war in 2009 bis 2017 stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Berlin. Wenn wir jetzt insgesamt auf Ihre Erfahrungen schauen, was stellt für Sie die Berliner CDU besonders heraus? Was sind bestimmte Themen auch in Ihrem Wahlkreis, die den Leuten häufig unter den Fingern brennen und was Sie motiviert, in Berlin politisch aktiv zu sein? Also ich bin nicht, also ich bin jetzt mit Leib und Seele Berliner seit 30 Jahren mit Frau und vier Kindern hier. Insofern habe ich schon ein gewisser Berliner Lokalkolore. Aber meine Beweggründe in der Politik sind eher bundespolitisch als landespolitisch. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich bin nicht deswegen der CDU, weil ich jetzt unbedingt die Bezirksordnung oder so, die halte ich eher für dringend reformbedürftig. Und ich glaube, ich habe einen Beitrag dazu gelassen. Die Berliner CDU galt ja jahrelang als besonders zerstritten. Und das ist jetzt deutlich besser, deutlich geschlossener und zwar jetzt nicht nur so scheingeschlossen, sondern dazu habe ich einen Beitrag geleistet, zumal dem Bezirk Sticke Zehlendorf, wo ich Vorsitzender bin, der galt immer als sehr schwierig und als ein Ausgangspunkt von Streitereien. Das war auch über viele Jahrzehnte so. Und das habe ich immer für falsch gehalten und das habe ich auch anders gemacht. Insofern ist die Berliner CDU heute in einem anderen Zustand. Alle Parteien in Berlin, in so einem Stadtstaat, prägt die Frage, wie wählen wir eigentlich unser politisches Personal aus. Und da haben alle Parteien, glaube ich, noch Luft nach oben. Und eines der Probleme, die diese Stadt hat, warum wir diese Flughafenpleite und so weiter haben, hat mit der Frage zu tun, wie wählen wir eigentlich unser Personal aus. Wie blicken Sie denn vor dem Hintergrund dieser Frage auf die Berlin-Wahl in diesem Jahr? Ja, die Berlin-Wahl dieses Jahr wird natürlich sehr im Schatten der Bundestagswahl stehen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie wir die Menge der Kandidaten, die wir vorstellen. Also Sie müssen sich vorstellen, dass in den Bezirken von jeder Partei ein Kanzlerkandidat, ein Regierender Bürgermeisterkandidat, damit ist alles Neue, also sowohl Kanzlerk ohne Amtsbonus, Regierender Bürgermeister ohne Amtsbonus. Dann gibt es sieben Abgeordnete, einen Bundestagsabgeordneten. Dann wird ja noch ein Bezirksbürgermeister oder Bezirksbürgermeisterin gewählt und es wird eine Bezirksverordnung gewählt. Das heißt allein in meinem Bezirk stellt allein die CDU 15 relevante Kandidaten. Jetzt müssen Sie ja mal Parteien multiplizieren und die Leute bleiben ja nicht in einem Bezirk. Das heißt, die fahren von einem Bezirk in den nächsten und da kommen dann wieder neue Gesichter. Also ich bin mal gespannt, ob am Ende des Wahlkampfs die Berlinerinnen und Berliner in ihrer Mehrheit überhaupt sagen können, wer kandidiert hier eigentlich für was. Das wird eine echte Herausforderung werden. Wie ist denn bei Ihnen im Wahlkreis entsteht, das zählen doch gegenwärtig die Stimmung mit Hinblick auf sowohl Bundestags als auch auf die Berlin-Wahlen. Also es gibt ja leider keine bezirklichen Marktforschungsdaten und jetzt ist die Stimmung besonders schwer einzuschätzen, weil durch den Lockdown man ja auch weniger Begegnungen hat. Und wenn dann über Video und Video ist konzentrierte Dinge doch sehr auf sachliche. Ich glaube, dass wir in unserem Bezirk sehr stark über die U-Bahn-Frage reden wollen, weil nur die CDU möchte das U-Bahn-Netz sowohl, was die U9 Richtung Langwitz erlaubt. Da sind wir auch die einzige Partei, obwohl diese Strecke nach BVG-Aussichten die meist ausgelastete neue Strecke wäre, wenn wir sie denn bauen würden. Wir würden dann die Charité, also das Benjamin Franklin Krankenhaus, anschließen und würden in ein sehr dicht besiedeltes Gebiet, das überhaupt keine Anbindung an das Schnellbahnsystem hat, erschließen. Es gibt deswegen eigentlich seit 60, 70 Jahren dazu eine Planung, eine Grundplanung, die aber nie weiterverfolgt wurde. Wir wollen den Anschluss der U3 erst zum Mexikoplatz und dann nach Düppel. Und ich glaube, dass wir da eigentlich eine Mehrheit hinter uns haben im Bezirk. Ich glaube, eine Mehrheit des Bezirkes sieht das so wie wir. Wie hat sich denn bei Ihnen die Parteiarbeit tatsächlich in dem letzten Jahr geändert durch Corona? Sie haben gerade gesagt, so Videokonferenzen. Was sind Dinge, die vielleicht für Sie besser geklappt haben, weil Sie effizienter geworden sind? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die persönlichen Begegnungen den meisten fehlen. Aber es ist ja wieder so eine Umbruchphase. Und Sie haben ja vorhin diese Umbrüche als Chancen auch skizziert. Und was war denn so ein positiver Outcome dieses Umbruchs? Ja, dass wir ein zusätzliches Instrument der Arbeit insbesondere in die Videokonferenzen gefunden haben. Und das jetzt auch, also Stegge Zelenhof ist ja vom Altersdurchschnitt her der älteste Bezirk. Aber es gibt extrem viele 80-Jährige, die inzwischen sehr gut mit dem Instrument Videokonferenz umgehen können. Und dass die sich überhaupt aufgemacht haben in ihrer Mehrheit oder das ausprobiert haben und dann festgestellt haben, ist ja eigentlich relativ einfach. Ich brauche ja nur so ein Smartphone wie das, was vor Ihnen liegt. Das ist ein Vorteil. Das macht Dinge möglich. Also wir machen jetzt zum Teil morgens um acht, eine halbe Stunde eine Videokonferenz. Das wäre vorher nicht möglich gewesen, weil die kann man notfalls auch noch aus dem Auto machen, wenn es sein muss. Und das lässt sehr viel spontanere, unmittelbare Besprechungen und Begegnungen zu. Und ich bin ganz sicher, dass wir beide Instrumente behalten werden. Und insbesondere ist es jetzt für die sogenannte Parteiprominenz sehr viel einfacher zu reden, weil es ja ein Unterschied ist. Auch ich bin ja als Digitalexperte innerhalb der Union unterwegs. Und jetzt hatte ich etwas anderes, ob ich sage, ich komme nach Paderborn für eine Stunde per Videokonferenz. Als ich fahre da hin, da ist der ganze Tag weg. Und das macht, also ich habe mehr Begegnungen inhaltlich, also mehr inhaltlichen Austausch als vorher. Und das ist eine eindeutige Bereicherung. Wie ist denn Ihr Austausch aktuell zu klimapolitischen Fragen? Ich glaube, dieses Thema wird die Bundestagswahlen und auch die Berlin-Wahlen sehr stark prägen. Es wird Corona und Klima höchstwahrscheinlich, was den Leuten ziemlich im Kopf geblieben ist. Und alle Parteien müssen sich darauf einstellen, sich dieser Klimafrage intensiver zu widmen. Wie läuft da der Austausch, beziehungsweise wie schätzen Sie die Möglichkeiten der CDU in Berlin und im Bund ein, sich positiv in der Klimafrage und glaubwürdig zu positionieren? Also ehrlich gesagt, da hat es in den letzten zwei Jahren ja einen enormen Wandel gegeben. Gerade auch in der CDU und daran habe ich als führendes Mitglied des sogenannten Klimakreises auch einen wesentlichen Anteil. Die CDU steht eindeutig und bedingungslos hinter dem Pariser Klimaschutzabkommen und hinter den ja nochmal schärferen Regeln des sogenannten New Green Deal auf der europäischen Ebene. Das heißt, in dem Ziel, wir können die Erwärmung der Erde nicht tatenlos begleiten, sind wir inzwischen parteiübergreifend außer der AfD alle einer Meinung. Wir sind jetzt dann im Detail sehr viel anderer Meinung, auch als die Grünen, wie wir das machen, wie wir diese Ziele erreichen können. Und ich glaube, dass die Bürger sehr stark registriert haben, okay, das sind jetzt eigentlich alle relevanten Parteien dieser Meinung. Und für die Unterschiede in dem Wie interessieren sich schon weniger Leute als für das Ob. Und was der wesentliche Unterschied für Sie, auch wir wollen die sogenannte grüne Null erreichen, aber wir wollen das eben in einer Weise machen, dass wir sagen, es geht vor allen Dingen um Innovationen, es geht vor allen Dingen darum, technische Mülle, wir wollen eben nicht den Individualverkehr abschaffen, auch nicht ein bisschen abschaffen, sondern wir wollen ihn klimaneutral hinkriegen. Und wir glauben, das geht. Und da gibt es fast zehn, zwölf relevante Technologien, die da alle im Wettstreit sind. Und wir wollen sie im Wettstreit lassen, weil man das nämlich nicht so genau weiß, welche davon sich dann am Ende wirklich durchsetzen wird. Da kann man sich auf eine Menge Überraschungen auch noch gefasst machen. Und wenn wir das mit neuer Technologie machen, dann hat es zudem auch noch einen Vorteil, dass das Geschäftsmodell Deutschland, nämlich wir sind Hersteller von solchen innovativen Technologien, nochmal einen Schub bekommt. Denn wenn wir die Verbrennungsmotoren herkömmlicher Klasse nicht mehr wollen, und das wollen wir nicht, dann muss ja irgendwas anderes dafür her, wenn wir nicht sagen, die sollen alle arbeitslos werden. Und ob wir diese Transformation ökonomisch und damit auch sozial, also ich meine, ich persönlich, Sie haben ja beschrieben, dass ich relativ erfolgreich Unternehmen gegründet habe. Also mich persönlich trifft es nicht, wenn wir die Transformation nicht hinkriegen, oder jedenfalls nur sehr wenig ausgeprägt, aber es wird eine herausragende soziale Frage, ob Deutschland ein führendes Industrieland bleibt oder nicht. Und wir haben andere Vorstellungen als die Grünen namentlich, wie man das erreichen kann. Aber ich glaube, mit dieser Position sind wir sehr wettbewerbsfähig. Im Gegenteil, wir haben einen enormen Vorteil. Die Union heißt ja Union, weil sie historisch immer mehrere Ziele vereint hat. Ja, also wir haben die soziale Frage nach dem Zweiten Weltkrieg gelöst, die ja extrem hoch war. Wir haben die Wiederaufbaufrage gelöst, wir haben die Frage des wirtschaftlichen Aufschwungs gelöst, und wir haben das miteinander kombinieren können. Und so wollen wir eben jetzt auch die Ziele miteinander kombinieren. Um im Marketingdeutsch zu sagen, bei uns kriegt man ein All-Inclusive-Angebot. Da kriegt man also Klimaschutz und wirtschaftliche Fragen und soziale Fragen. Und wer jetzt nur sagt, mir ist alles andere egal, der ist vielleicht bei den Grünen richtiger. Aber ich halte das nicht für richtig, weil wenn wir das Klima gerettet haben, aber sonst geht hier alles den Bach runter, dann ist es auch kein lebenswertes Leben. Ich will gleich zu der fachpolitischen Agenda übergehen, weil Sie sind sowohl im Ausschuss für Arbeit und Soziales als auch in der digitalen Agenda drin. Allerdings, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, Sie haben gerade das Wort Marketing genannt. Da würde mich Ihre Meinung interessieren, inwiefern Sie glauben, dass die Außenwirkung der CDU gelitten hat unter solchen Videos wie Rezos, die Zerstörung der CDU. Das hat sehr viral gegangen und insbesondere jüngere Wählerschichten erreicht hat. Glauben Sie, die CDU leidet bis heute noch unter dieser öffentlichen starken Kritik, die unter anderem von solchen jungen Influencern geäußert wurde? Also wir haben noch nicht gut verstanden, wie wir unsere Zielgruppen erreichen, die wir über klassische Medien nicht mehr erreichen. Darunter leiden alle Parteien, aber die CDU mit Abstand am stärksten, das ist auch Untersuchung, weil unsere Wähler am wenigsten sich online über Inhalte informieren. Während das RISO-Video, also das hat uns punktuell natürlich bei der Europawahl sehr geschadet, aber so lange hält jetzt so ein einzelnes Ereignis nicht an. Und ehrlich gesagt, Teile dessen, was RISO angegriffen hat, da waren wir ja gerade sowieso im Begriff, unsere Position zu ändern. Also ich habe, interessanterweise ist Herr Nüßlein, der ja jetzt aus anderen Gründen schlechte Schlagzeilen macht, war sozusagen der Hauptvertreter in der CDU-CSU-Fraktion, der gegen die CO2-Bepreisung war. Und dieser Konflikt ist aber ein halbes Jahr vorher schon in der Fraktion aufgetreten. Und wir haben ihn dann im Laufe des Jahres 2019 klar entschieden, und zwar sowohl die CDU-Fraktion wie die Partei, dass wir, wie ich das formuliere, die Grüne Null wollen. Und die Position Nüßlein hat sich nicht durchgesetzt. Und eigentlich hat der RISO die Position Nüßlein angegriffen. Aber wir haben Sie nicht wegen RISO geändert, das war sowieso sozusagen, die Debatte lief längst. Aber gehen wir nochmal konkret zu dem Wie. Wie gerade schon angesprochen, Sie sind in dem Ausschuss Arbeit und Soziales und Digitale Agenda und Sie haben mit Kai Whittaker, Ihrem Parteikollegen, den Arbeitskreis Zukunft der Arbeit in der CDU gegründet, bei dem Sie auch der Sprecher sind. Von daher, diese Frage, wie wir insgesamt als Gesellschaft den Klimawandel gut managen, ist auch eine Frage, die mit Arbeitsplätzen oft verbunden wird. Viele Menschen haben momentan die Befürchtung, dass intensive Investitionen in Klimaschutz und in Klimaneutralität auf die Schnelle dazu führen könnten, dass Schlüsselindustrien geschwächt werden und dort Arbeitsplätze verschwinden. Wie bewerten Sie die Diskussion, die gegenwärtig zu dem Spannungskonflikt Wirtschaft und Klima besteht? Und was sind so Leitlinien, an denen Sie sich orientieren, um Lösungen zu formulieren? Also der Wandel ist sehr konkret für die Menschen. Und das wird immer gerne, oder sagen wir mal so, erstmal müssen wir es so organisieren, dass Deutschland wirtschaftlich potent bleibt. Das ist möglich, aber das ist jetzt auch, wie die Bayern sagen würden, keine gemähte Wiese. Das müssen wir schon noch machen. Zweitens, auch eine positive Veränderung hat Verlierer. Und ich will das mal in der Coronakrise am Handel deutlich machen. Der deutsche Einzelhandel macht in Corona 5% mehr Umsatz. Aber das macht der Lebensmittelhandel, das macht der Onlinehandel. Aber es gibt eben sehr viele Händler, die machen 70% weniger Umsatz. Und die Verkäuferin, die bei dem Händler arbeitet, die hat nichts davon, dass wir insgesamt mehr Handel haben. Und so ist das beim Klimawandel natürlich auch. Und deswegen, wenn wir bestimmte Industrien zumachen, dann ist es nicht automatisch, dass dieselben Leute davon profitieren, dass etwas anderes aufmacht. Und das ist eine sehr große sozialpolitische Aufgabe. Und die darf man im Klimawandel eben nicht vergessen. Und wir sagen, wir meinen A, dass wir die Leute auch nicht einfach mit Geld ruhig stellen können. Das haben wir zum Teil bei dem Wandel der DDR gemacht, der DDR-Industrie. Wir haben die Leute ja nicht finanziell ins Bodenlose fallen lassen. Aber wir haben ihnen mit 55 gesagt, jetzt geh du mal in Vorruhestand, dich brauchen wir nicht mehr. Das ist auch eine der Begründungen, warum wir heute die AfD in Ostdeutschland so stark haben. Und so dürfen wir das beim Klimawandel nicht machen. Zumal das noch mal viel größer ist als die 16 Millionen, die in der DDR betroffen waren. Das können wir jetzt auch finanziell schlicht nicht leisten. Also wir müssen zwei Dinge machen. Wir müssen überhaupt dafür sorgen, dass es überhaupt zusätzliche Arbeitsplätze gibt für die, die wegfallen. Und dann müssen wir die Transformation noch nehmen. Und die Transformation ist eine große sozialpolitische Aufgabe. Sie haben ja gesagt, die Zukunft der Arbeit und das wird nur mit neuen Weiterbildungskonzepten geben. Was mir große Sorge macht, ist, dass der Chef der Bundesagentur für Arbeit gestern über uns noch mal gesagt hat, obwohl es rechtlich möglich ist, die Kurzarbeitenden sich nicht weiterbilden, obwohl sie es dürften und obwohl der Staat es bezahlen würde. Das heißt, ich arbeite kurz, weil mein Betrieb eben leider Corona-bedingt momentan wenig Arbeit hat. Dann dürfte ich, Klammer auf kostenlos, Weiterbildung machen. Aber es wird in sehr geringem Umfang genutzt. Es ist jetzt die Frage, wissen das die Leute nicht oder warum machen sie es nicht? Also daran sieht man, das funktioniert nicht alles von alleine. Was müsste denn passieren, damit auch das Stichwort lebenslanges Lernen funktioniert? Denn ich glaube, die Experten sind sich alle einig, dass nicht nur Klimawandel, sondern insbesondere Digitalisierung und Automatisierung dazu beitragen werden, dass bestimmte Tätigkeitsfelder, bestimmte Aufgaben in absehbarer Zeit ersetzt werden können. Es wird ja immer von dem Substitutionspotenzial gesprochen. Was müsste Ihrer Auffassung denn geschehen, dass das Bewusstsein für Weiterbildung, Fortbildung und lebenslanges Lernen erstmal stärker entsteht und Angebote auch wirklich wahrgenommen werden? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir die Menschen von dieser Weiterbildungschance begeistern. Wir dürfen ihnen nicht vormachen, du gehst wieder zurück auf die Schulbank. 50 Prozent der Leute sind sehr gerne in die Schule gegangen und finden die Idee, dass sie jetzt nochmal lernen dürfen, positiv. Aber 50 Prozent der Bevölkerung sagt auch, wenn ich eins froh bin, dass ich nicht nochmal in meinem Leben auf die Schulbank muss. Und nun sollte man verstehen, dass moderne Weiterbildung nicht Frontalunterricht für 40-Jährige mit einem strengen Lehrer oder strengen Lehrerin ist, sondern dass man das digital und sehr spaßorientiert machen kann. Und deswegen ist schon der Begriff lebenslanges Lernen, der hört sich ja wie lebenslanger Haft an und damit geht es schon los. Sie müssen auch nicht zwei Jahre mit einem Abschluss und Prüfungsangst und all diesen Dingen die Leute erschrecken. Das ist auch gar nicht nötig. Wenn Sie sich mal ansehen, das Thema Videokonferenzen, wie viele Leute das vor Corona gemacht haben und wie viele Leute es heute machen. Und das ist ja, man muss nicht studiert haben, um damit irgendwie zurecht zu kommen. Man muss eigentlich diese Schwellenangst überwunden haben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir den Leuten erklären, wenn du heute ein Problem mit deiner Elektroanlage zu Hause hast, dann guckst du doch jetzt schon bei YouTube nach und lässt dir von YouTube erklären, wie es funktioniert. Und das ist ja auch nichts weiteres als Weiterbildung. Und so geht es natürlich im beruflichen Kontext auch. Und ich gucke mir ein paar Filmchen an, ist eine ganz andere Anforderung, als du musst jetzt nochmal auf die Schulbank und umlernen. Und die klassische Weiterbildungsindustrie, die sagt ja noch, also Lernen hat auch ein bisschen was mit Quälen und so zu tun. Das ist aber aus meiner Sicht alles wirklich voriges Jahrhundert. Und ich denke, wir müssen die Leute positiv inzentivieren, das zu machen. Und wenn sie erstmal verstanden haben, dass es Spaß macht, dass ihnen das hilft, dass sie hinterher mehr verdienen, dann haben wir eigentlich eine Menge positive Geschichten zu erzählen, warum das eigentlich gut für die Menschen ist. Und wir auch in der Dezentralität und Individualität haben unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Geschichten. Deswegen können wir die auch nicht alle in einen Einheitskurs packen, das ist als Quatsch. Sondern wenn sie Weiterbildung machen, dann wird das einen anderen Inhalt haben, als wenn ich das mache. Und das geht ja in der Digitalisierung auch sehr schön. Und ich glaube, da liegt die Kernaufgabe. Inwiefern glauben Sie, müssen denn bestehende Bildungsinstitutionen und Bildungsstufen sich auch modernisieren? Nein, denn ich habe einmal die Kritik gehört, dass Deutschland relativ träge sei bei digitalen Technologien und bei Weiterbildung in diesem Zusammenhang, weil so viele Menschen klassische betriebliche Ausbildungen gemacht haben und ihnen das einer Sicherheit gegeben hat, dass wenn du was gelernt hast, dann ist das schon mal was Solides, dann hast du was Handfestes und das ist wertvoll. Warum sollte ich dann quasi weiterarbeiten? Inwiefern sehen Sie denn, dass ein Bedarf besteht, bisherige Bildungskonzepte auch neu zu denken? Absolut. Da muss man sagen, die Menschen sind, glaube ich, weiter als unsere Diskussion. 50 Prozent der heute 35-Jährigen arbeiten nicht in dem Beruf, für den sie ausgebildet sind. Das heißt, die haben längst die Flexibilität. Und jeder kennt von uns Leute, die ganz woanders arbeiten als das, wo sie mal ausgebildet waren. Die Erstausbildung hat aber trotzdem einen Wert an sich, weil die Frage, schaffe ich es, ein bestimmtes Thema mir zu erarbeiten und darin meine Fertigkeiten und Fähigkeiten zu haben, das ist ein Wert an sich, weil ich muss mir nämlich später das auch wieder erarbeiten. Aber wichtig ist, dass wir aus dieser klassischen 19. Jahrhunderthaltung, sieben Fehler sind sieben Fehler und das ist jetzt eben eine Fünf und dann bist du eben durchgefallen, dass das eigentlich nicht die zeitgemäße Haltung zur Frage von Bildung ist, sondern dass wir die Leute positiv übernehmen. Ich bin ja in einer christdemokratischen Partei. Wir glauben an die Menschen und 99 Prozent der Leute haben auch alle ein Potenzial, dass man ausschöpfen kann. Und das macht eigentlich Spaß, wenn man feststellt, ich kann eigentlich mehr als ich dachte. Und das ist eigentlich fast immer so. Aber um betriebliche Weiterbildung anzubieten, da sind die Unternehmen auch gefragt. Also ein großer Teil von den Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten wird von Unternehmen bezahlt und die müssen natürlich auch stärker ins Boot mitgenommen werden, wenn tatsächlich Millionen von Menschen sukzessiv gebildet werden beziehungsweise neue Kompetenzen sich aneignen, die sie wettbewerbsfähig machen im Unternehmen und insgesamt auf dem Arbeitsmarkt. Wie sehen Sie da die Chance und den Prozess, wie man privatwirtschaftliche Unternehmen inzentivieren kann, dass sie dieses Thema Weiterbildung, Fortbildung noch stärker sehen oder glauben Sie, passiert das automatisch? Ja, zur Hälfte passiert das automatisch, weil die Unternehmen ja ein hohes Eigeninteresse haben, dass ihre Belegschaft sozusagen marktfähig bleibt und die Mitarbeitenden in den Betrieben helfen, die Transformation zu erledigen. Und da finde ich, sollte der Staat sich auch nicht einmischen, weil das machen die Dezentral schon sehr viel besser. Ja, aber es gibt natürlich Bereiche, gerade in den Kleinstbetrieben, die einfach organisatorisch mit vier Angestellten nicht in der Lage sind, für vier Angestellte vier verschiedene, wenn man ehrlich ist, vier verschiedene Fortbildungsprogramme zu machen. Und da ist dann sozusagen die Gesellschaft gefragt. Und das Allerwichtigste ist das Thema Psychologie. Der einzelnen Mitarbeiterin in einer Arztpraxis, die da Sprechstundenhilfe ist, deren Job sich über digitale Instrumente stark verändert, der müssen wir sagen, pass auf, das ist doch dein Vorteil. Es wird hinterher einfacher, es wird mehr Spaß. Und wenn wir diese Eigeninitiative wecken und wir haben eine Menge Förderprogramme, also da kann ich mir immer noch ein bisschen mehr vorstellen, aber im Kern ist es für jeden heute möglich, auch für jeden Geldbeutel und zwar ohne zu sagen, ich nehme mir jetzt irgendwas vor. Ja, also wir wollen nicht aus dem unsportlichen Marathonläufer zu machen, das ist eigentlich realistisch und schafft nur Hürden und ist auch gar nicht nötig. Aber wir würden sozusagen aus dem unsportlichen sagen, irgendwie so ein paar Yogaübungen in der Woche ist doch irgendwie erreichbar. Und wenn du einmal diese Schwelle gemacht hast, sagen ja auch alle, die mit Sport angefangen haben, dann tut dir das gut und dann hast du auch ein Erfolgserlebnis. Und ich glaube, da liegt die eigentliche psychologische Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja ein Gefälle bei den Menschen, die Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote in Anspruch nehmen. Es gab eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die gezeigt hat, dass insbesondere Menschen aus dem niedrigqualifizierten Sektor, die besonders bedroht sind von Digitalisierung bzw. deren Arbeitsplätze von Digitalisierung besonders bedroht sind, merklich weniger Fortbildung und Weiterbildung in Anspruch nehmen und wenn sie das tun, auch kürzer als Menschen, die höher qualifiziert sind. Inwiefern müsste für diesen spezifischen Fall der Staat vielleicht ein Unterstützungsangebot entwickeln? Oder gibt es Instrumente, die Ihnen vorstehen? Die gibt es schon. Die gibt es schon. Und ehrlich gesagt ist das eine nicht ganz präzise Wiedergabe dessen, was die IAB sagt. Und der Unterschied ist sehr wichtig. Die Aushilfstätigkeiten werden durch die Digitalisierung weniger betroffen sein als die administrativen Tätigkeiten. Also die Automatisierung findet in der Administration statt. Also die Steuererklärung, die Steuerfachgehilfin, die ist viel stärker bedroht als die Aushilfe in der Gastronomie. Ja, weil das irgendwie, dass wir Teller abräumen irgendwie zu Robotern und funktionieren, das ist, wenn es überhaupt kommt, noch sehr weit weg. Aber dass die Steuererklärung automatisiert wird, das ist sehr real. Und die Steuerfachgehilfin hat eben eine Ausbildung, die ist nicht bildungsfern und deswegen gibt es für sie auch sehr viele Chancen. Und wir sollten über die Chancen für diese Menschen reden, denn da findet der Großteil des Umbruchs statt. Wir werden Pfleger behalten, Aus- und Hilfskräfte haben eher eine Sonderkonjunktur. Und wenn wir nicht so viele Migranten hätten, dann würden ganze Berufskategorien gar nicht funktionieren. Das ist ein Problem auch für uns in Deutschland in der Corona-Krise. Wir haben halt Hunderttausende von Einpendlern aus Tschechien, aus Polen, also aus Ländern mit leider sehr hohen Inzidenzen, bei denen unser ganzes Wirtschaftssystem gar nicht funktionieren würde, wenn die nicht reinpendeln. Die pendeln ja bundesweit in die Pflegeberufe für eine Woche oder für zehn Tage und gehen dann wieder für fünf Tage zurück nach Polen. Das ist ja so deren Lebensmodell. Und deswegen mache ich mir um die wirklich Ungelernten weniger Sorgen als um die in der Administration Tätigen. Und da findet der eigentliche Wechsel statt, aber da halte ich auch den Wechsel für möglich. Ich glaube, wir sollten die Leute nicht unterschätzen, wir sollten ihnen aber helfen. Wie bewerten Sie gerade die Stimmung der Deutschen in Bezug auf Zukunftstechnologien und auf Innovationslust? Das finde ich ganz spannend bei Ihnen. Sie sind im Ausschuss Digitale Agenda aktiv, haben selber so viel unternehmerische Erfahrung. Und wir sind gerade, wie gesagt, wieder in so einem Innovationspunkt mit der Krise. Neue Technologien kommen auf uns zu. Und da braucht es auch so ein bisschen Lust darauf. Was ist so Ihre Erfahrung sowohl politisch als auch in den Gesprächen, die Sie mit Bürgerinnen und Bürgern geführt haben in den letzten Jahren, wie Deutschland auf digitale Innovationspolitik blickt? Und glauben Sie, Deutschland hat Lust auf digitalen Fortschritt, auf neue Technologien? Oder ist da immer ein bisschen Angst noch vorhanden? Also es gibt ja nicht Deutschland, sondern es gibt nur 80 Millionen Deutsche. 83 Millionen Deutsche. Und das wird ja schon sehr unterschiedlich gesehen. Aber in einem Mist, der mit Corona verbunden ist, gibt es natürlich auch eine Chance da drin. Ich glaube, die Tatsache, dass wir technologisch neue Antworten finden müssen, dieses Bewusstsein ist sehr viel stärker gewachsen und deswegen auch die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Es gab im Spiegel letzte Woche einen wunderbaren Artikel, der erzählte, dass das Osmanische Reich schon 200 Jahre vor den Briten die Dampfmaschine erfunden hat, aber ein so bequemes Reich, weil sie sagten, was brauchen wir doch alles nicht, funktioniert doch und was brauchen wir nicht. Und kurz und klein, sie haben es nicht weiterentwickelt und nicht genutzt mit dem Ergebnis, dass das Osmanische Reich untergegangen ist. Und wenn wir uns auf diese neuen Technologien nicht einlassen, dann wird Deutschland irgendwann untergehen. Das muss man auch mal so hart sagen. Jedenfalls das Deutschland, das wir kennen. Und insbesondere der Fall Biontech in Mainz ist ja in jeder Hinsicht erstaunlich. Die vier größten Impfhersteller der Welt, die jedes Jahr Milliarden Impfdosen hergestellt haben, haben es alle bisher nicht geschafft, eine Antwort zu finden. Und so ein kleines Start-up da in Mainz kriegt es hin, schafft es auch noch den Besten. Und jetzt muss man noch dazu sagen, die haben einen auf einer Gensequenz beruhenden neuen Impfstoff dargestellt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten Corona nicht. Und ich würde Ihnen erzählen, hören Sie mal zu, wir nehmen da so einen Stoff, dann nehmen wir Teile der Genfrequenz raus und die spritzen wir Ihnen. Und dann macht Ihr Körper den Impfstoff selber. Ehrlich gesagt, wir hätten gesagt, okay, das ist eine interessante Idee. Wir machen mal eine Enquete-Kommission in den nächsten acht Jahren und überlegen mal, was die Folgewirkungen wären. Typisch deutsch, aber das ist ganz besonders gründlich, weil könnte ja auch lauter Gefahren haben. Und nur weil wir Corona haben, haben wir gesagt, okay, die ganzen Bedenken legen wir jetzt mal an die Seite. Wir machen das jetzt einfach mal und gucken. Und heute ist es so, dass der herkömmliche Impfstoff von AstraZeneca die Leute viel weniger haben wollen als den neuen, der auf einer Genschere beruht. Das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht träumen lassen vor Corona, dass das die Mehrheit der Deutschen mal denkt. Die Tatsache, dass wir eine flächendeckende Breitbandverkabelung brauchen, wird, glaube ich, heute mehr gesehen denn je. Wie gesagt, ich sage das schon ein paar Jahre, kommen aus der Digitalwirtschaft, aber insofern steckt da auch eine Chance. Und ich würde sagen, heute in Corona und auch Post-Corona wird die Bereitschaft für neue Antworten höher sein, als sie vorher war. Und das ist erfreulich. Bevor ich noch zu meiner vorerst letzten Frage komme, weil ich schon weiß, dass wir Fragen haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können gerne noch mehr Fragen an uns zukommen, würde ich jetzt ganz kurz noch mal quasi eine Status-Quo-Beschreibung von Ihnen haben. Was ist gerade der brennende Punkt in dem Ausschuss Digitaler Agenda, der Ihnen am meisten am Herzen liegt, wo Sie momentan mit am meisten Herzblut für kämpfen? Ich kämpfe am meisten mit Herzblut zum Thema Datenschutz. Ich finde die Gefahr, dass wir zu viele Daten von Menschen erheben und sie dann profilieren, das ist eine sehr reale, mit der müssen wir umgehen. Aber dass wir in Corona so wenig Daten sammeln, finde ich skandalös. Ich finde, wir packen die Leute in Lockdown, aber wir haben beim Datenschutz noch keine einzige Regel aufgehoben. Also ich persönlich würde den Leuten lieber mehr Freiheiten geben und sagen, beim Datenschutz sehen wir das bei dem Thema jetzt mal anders und erheben sehr viel mehr Daten. Wir wissen doch immer noch nicht genau, wie funktioniert eigentlich Ansteckung im Supermarkt, wie viele Verkäuferinnen stecken sich wirklich an. Und das wissen wir nicht, weil wir alle diese Daten nicht erheben. Und ich meine, dass wir da eine echte Datenerhebungsoffensive, also eine richtige Datensammlungswut schaffen sollten, weil sie können nämlich bei den Daten nicht vorher wissen, welche Erkenntnisse rauskommen. Also wir denken beim Datenschutz, wenn du deine Einwilligung gegeben hast, die wir dir auch noch in 17 Formularen, die man nicht versteht, vorhalten. Und ich dir genau sagen kann, was ich mit den Daten eigentlich erforschen will, dann darf ich die Daten erheben. Aber so fängt Wissenschaft nicht an. Wissenschaft fängt an, ich erhebe lauter Daten, stelle Hypothesen an und gucke, ob ich sie in den Daten wiederfinde oder nicht. Wenn ich Daten aber nicht habe, kann ich sozusagen nicht mit Hypothesen arbeiten. Da werden Dinge rauskommen, die wir nicht erwartet haben, so wie wir nicht erwartet haben, dass Biontech das erfolgreichste Produkt macht. Also stellen Sie sich mal vor, wir würden das so machen, wie wir das sonst machen. Nämlich wir sagen, also wir brauchen einen Impfstoff, jetzt schreiben wir das aus und das bestqualifizierte Unternehmen. Hätten wir dann ein neues Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern in Mainz genommen, die noch nie einen Impfstoff gemacht hatten? Oder hätten wir gesagt, Sanofi, GSK, Bayer und alle die, die schon immer Milliarden von Impfstoffen verschiedenen gebaut hätten, wir hätten immer gesagt, naja, das geben wir mal denen, die das schon immer gekonnt haben. Und das Ergebnis ist, wir hätten heute immer noch keinen Impfstoff. Deswegen, man kann nicht glauben, dass man alles vorher weiß. Und deswegen brauchen wir, und das ist das relevante, aktuelle Thema, wir brauchen eine ganz andere Datensammlung beim Thema Corona. Und dafür müssen wir unseren Datenschutz, wir müssen nicht mal unsere Regeln ändern, wir müssen sie eigentlich nur anders anwenden. Ich gehe mal über zu den Fragen aus dem Publikum, die mir jetzt schon übergeschickt wurden. Frau Susanne Meier, die Startup-Gründerin, hat bereits Fragen zu dem Bundestag, zum Wahlkampf. Und zwar, wie werden Sie die circa 15 Millionen Nichtwählerinnen und 2 Millionen ErstwählerInnen bei der Bundestagswahl ansprechen? Und neben der Klimapolitik und Corona, welche Themen der jungen Generation werden Sie verfolgen? Also, das Nichtwähler-Problem ist in meinem Wahlkreis das geringste überhaupt, weil wir traditionell, das hat nichts mit mir zu tun, der Wahlkreis sind mit der niedrigsten oder mit der höchsten Wahlbeteiligung und der niedrigsten Nichtwählerbeteiligung. Bei dem Thema Erstwählern kann man für sehr viel Geld in einen Brief schreiben, ansonsten darf ich die Daten ja alle gar nicht haben. Das heißt, es ist einfach schon technisch sehr schwierig, mit ihnen in einem besonderen Dialog zu treten. Ich glaube, dass ich den Erstwählern in meinem Wahlkreis sagen kann, dass ich, glaube ich, klimapolitisch einer der profiliertesten Unionspolitiker bin. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Neustart, da gibt es ein Klimakapitel, in dem ich sehr klar nochmal darlege, das und warum und wie wir das im Klimawandel machen sollten. Und ich gehöre auch zu denjenigen in der Bundestagsfraktion, die, was in der Jugendzielgruppe ja interessanterweise ein großes Thema ist, dass wir eine andere Drogenpolitik machen sollten, die allerdings nicht dazu führt, dass wir alles erlauben und sagen, jeder sollte doch so Drogen nehmen, wie er will, sind sie alle erwachsen. Drogen sind ein echtes Problem, insbesondere natürlich auch Alkohol. Aber wir sollten einfach feststellen, dass so wie wir es jetzt machen, das nicht sehr erfolgreich ist. Es gibt noch eine andere Frage von Herrn Bernd Kross, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, von dem Krankenhaus Weidfriede. Er fragt, wie Ihre Perspektive ist zur Wirtschaftslage nach Corona. Werden wir wieder an die alten Erfolge anknüpfen können? Oder gibt es Ihrer Auffassung nach langfristige Einbrüche, mit denen wir umgehen müssen? Seiner Auffassung nach sind die Aussagen in der Wirtschaftswelt dazu sehr unterschiedlich. Wo stehen Sie da? Also erstens heißt der Herr Bernd Kross, ich grüße ihn herzlich, ich kenne ihn nämlich, weil er Leiter eines Krankenhauses in meinem Wahlkreis ist. Zweitens, die Frage ist offen. Also ich glaube, dass Post-Corona auch ökonomisch und sich große Chancen ergeben. Wir werden aber natürlich gerade im Textilhandel und so auch Verschärfung eines ohnehin stattfindenden Wandels stattfinden. Ich bin zum Beispiel für die Gaststätten relativ optimistisch. Die haben natürlich unfassbare Verluste. Aber wenn Corona vorbei ist, werden die Leute schon wieder in die Gaststätte wollen. Ich glaube, da gibt es eher sogar einen gewissen Nachholbedarf. Und das wird sich strukturell nicht ändern. Wird es strukturell sich ändern, dass wir zu viel Textilhandelsflächen haben? Ja, da hatten wir schon vorher zu viel. Und leider. Und das wird unsere Innenstädte verändern und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden Bereiche haben, wo wir Probleme haben. Wir werden Bereiche, wo wir Chancen haben. Und wenn wir die Chancen nutzen und nicht verplempern, dann bin ich insgesamt ökonomisch nicht pessimistisch. Das hat aber natürlich auch was damit zu tun, wie Europa insgesamt aus der Krise kommt. Also, dass wir nur in Deutschland alleine aus der Krise kommen, während unsere Nachbarländer Italien, Frankreich und so weiter wirtschaftlich niederliegen, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir haben auch eine Verantwortung. Und zwar nicht nur aus humanitären Gründen oder aus Solidaritätsgründen, sondern auch wirtschaftlich. Wenn Italien, Frankreich und andere wichtige EU-Staaten nicht aus der Kurve kommen, dann werden wir das hier spüren. Und deswegen müssen wir das sehr europapolitisch denken. Da kurz nachgehakt. Was bedeutet für Sie in Zukunft europapolitisch, diese Wirtschaftskrise abzufiedern? Beziehungsweise sehen Sie konkrete Maßnahmen, die jetzt bereits positiven Effekt haben? Wir haben ja ein Wiederaufbaupaket auf europäischer Ebene. Was wäre darüber hinaus noch nötig, damit die Europäische Union diese ganzen tiefen Einschnitte, die die Corona-Krise doch hinterlässt, wirtschaftlich stemmt? Es ist wie der Marshallplan der Amerikaner. Die Amerikaner haben, obwohl wir sie angegriffen haben, wir den Zweiten Weltkrieg verursacht haben, wir uns nun wirklich nicht gut benommen haben, haben sie uns ja mit sehr geholfen. Aber das war auch nicht zum Nachteil der Amerikaner. Also der Marshallplan hat die Amerikaner zwar in der ersten Linie sehr viel Geld gekostet, aber in der zweiten Linie haben sie davon auch profitiert. Und so sehe ich das jetzt auch mit dem sogenannten Recovery-Programm der EU. Und ich finde die Haltung der AfD vollständig falsch, zu sagen, das ganze Geld soll doch bitte in Deutschland bleiben, das halte ich für total kurzsichtig. Also ich halte es nicht nur für, Deutschland ist die Lokomotive, die wirtschaftliche Lokomotive in Europa und sie soll es auch bitte bleiben. Aber wenn man eine Lokomotive ist, muss man auch die Energie da reinstecken und zwar auch, um die Waggons dahinter zu ziehen. Aber die Position habe ich eigentlich ganz gerne. Es gibt noch eine Frage, die reingekommen ist von Herrn von Köller. Genau. Er hat eine Frage zum All-Inclusive-Ansatz beim Klimaschutz und Innovation, wo seiner Auffassung nach unverändert einseitige Ziele die Debatte bestimmt. Er fragt konkret, warum ist es so schwer, dass Staat Regeln setzt und Anforderungen an Produkte definiert? Ja, ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde ja nicht Anforderungen an Produkte stellen, weil das schon der erste Schritt zur Planwirtschaft ist, sondern ich würde über Preissignale Veränderungen haben. Das heißt, wenn man den CO2-Preis berechenbar teurer macht, dann gibt es ein Incentive für alternative Produkte, die sagen, ich muss dieses CO2 nicht bezahlen. Man sieht ja jetzt bei den Elektroautos, die noch nicht die finale Antwort auf den Klimawandel sind, aber sicher eine Zwischenantwort sind, dass in dem Moment, in dem das bezahlbar wird für die Bürger und wir eine Ladetechnologie haben, dass dann ja jetzt die Zahlen sich ja auch verfünffacht haben, der neue Zulassung. Also wir haben den richtigen Trend, den müssen wir jetzt fortschreiben. Und so müssen wir bei den neuen Antriebstechnologien und E-Fuels und so weiter, aber ich würde jetzt nicht sagen, wir stellen die Anforderungen, weil wir als Staat genau wissen, wie ein Produkt in 20 Jahren aussehen muss. Das glaube ich nicht. Wenn wir einen neuen Impfstoff hätten beschreiben müssen vor einem Jahr, wären wir nicht auf die Biontech-Technologie gekommen, glaube ich nicht, dass das die Antwort gewesen wäre in der Gesellschaft. Und deswegen müssen wir den Wettbewerb der Technologien haben, aber nicht vorschreiben, wie die Produkte auszusehen haben. Ich habe noch eine Frage, die ich kurz verstehen muss. Ah, genau. Ist von anonym gekommen. Ich kann leider keine Person nennen. Allerdings ist die Frage sehr interessant. Wie könnten wir das mit der Vergabe von Tools wie der Corona-Warn-App oder einer Check-in-App künftig besser machen? Ja, ich habe vorhin ja kurz erwähnt, dass ich ein Buch geschrieben habe, dass ich meine, dass wir den deutschen Staat umorganisieren müssen. Der Föderalismus klappt nicht und so weiter. Und eines der wesentlichen Punkte ist die Frage, wie beschaffen wir. Nun gibt es ja einen Grund, warum die Beschaffung so kompliziert ist. Es ist ja nicht völlig grundlos. Nämlich, wir wollen die Vetternwirtschaft nicht haben. Also ich kenne sie und deswegen kriegen sie den Auftrag. Ich freue mich. Sondern wir machen eine Ausschreibung und wir gucken dann, ob Alice Gershko jetzt die Beste ist oder nicht. Dieses richtige Prinzip führt aber zu einer unfassbaren Bürokratisierung. Mit der Folge, dass heute die Schulen nicht die Testsets haben, um Corona zu bleiben, die sie eigentlich bräuchten, weil sie das beschaffungsmäßig wieder nicht hingekriegt haben. Und deswegen brauchen wir eine Reform des Beschaffungswesens, die beide Ziele miteinander vereint, nämlich die transparente, faire Vergabe auf der einen Seite und eine viel einfachere, unbürokratische Handhabe durch die öffentliche Hand. Und die Antwort, die ich jetzt auch ganz oft von den Sozialdemokraten höre, ist, naja, das Beschaffungsrecht lässt das ja alles zu. Das stimmt nicht immer, aber oft. Aber sie müssen dann auch gleich ein Fachanwalt für Vergaberecht sein, um das anwenden zu können. Es ist so anwenderunfreundlich, dass der normale Mitarbeiter im öffentlichen Dienst einfach daran scheitert. Weil wir wollen ja gute Lehrer haben, aber wir wollen ja keine Vergabespezialisten in den Schulen haben, aber wir wollen keine Vergabespezialisten im Gesundheitsamt haben. Das schaffen wir auch alles gar nicht. So viele Juristen kann es gar nicht geben. Da ich selber einer bin, Juristen sind einerseits sehr qualifiziert, aber eben auch sehr ambivalent. Und deswegen müssen wir, und da hilft, würde Digitalisierung natürlich stark helfen, also Vergabe per App und so. Also wir werden da eine ganze Reihe Dinge von Details ändern müssen. Der Hauptpunkt ist, ich hätte gerne Vergabeplattformen, bei denen sich die Unternehmen sozusagen einmal reinsetzen und sagen, das sind meine Preise so und dann kann ich per App mir einen aussuchen. Das setzt aber doch ein paar rechtliche Änderungen voraus. Sie haben gerade Bürokratie angesprochen. Ich glaube, sehr viele Leute sind gegenwärtig in der Corona-Krise sehr angestrengt davon, wie viel Bürokratie wir in Deutschland haben. Ihre Perspektive, glauben Sie, dass man die Bürokratie in Deutschland nach Corona entschlacken kann? Das ist nicht nur mein festes Ziel, deswegen habe ich ein 300-seitiges Buch geschrieben, sondern es ist inzwischen auch die Überzeugung der CDU, die mit dem Versprechen auftritt, zu sagen, nach Corona in der nächsten Legislaturperiode wollen wir alles auf den Prüfstand stellen, wie wir im Staat arbeiten und sehr viele Dinge verbessern. Wir glauben eigentlich, dass das zehn Jahre dauert, um das alles umzubauen, weil wir seit 200 Jahren den öffentlichen Dienst sehr konsequent auf, wer ist zuständig, ein Vorgang wird nacheinander bearbeitet, jeder denkt in seinen Silo-Zuständigkeiten. Das ist das Erfolgsprinzip im 19. Jahrhundert gewesen, den öffentlichen Dienst zu erordnen. Das war auch sehr erfolgreich, ist aber für die heutige Zeit nicht mehr richtig. Aber wir haben das Verwaltungsrecht, die Beförderungspraxis, alles ist auf diesem Prinzip auf. Aber wenn wir das jetzt ändern, bis das sozusagen bei 4,7 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst überall angekommen ist und die das auch umsetzen können, wir müssen zumindest eine Menge Regeln dafür ändern. Das sind hunderte von Regeln, die wir da umbauen müssen. Ich glaube auch, das wird eines der großen Themen, die noch in Zukunft auf uns zukommen werden. Wir haben heute sehr viele Themen insgesamt abgegrast. Herr Heilmann, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch. Ich denke, das war eines der ergiebigsten von Ihrer reichen Vita, Ihrer breiten Erfahrung bis hin zu vielen politischen Einzelaspekten, die Sie heute berührt haben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielen Dank auch für Ihre Zeit, Ihre Aufmerksamkeit, die Fragen, die Sie gestellt haben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einer weiteren Folge von diesem wundervollen Format Sprechstunde Sitzungswoche. Sprechstunde Sitzung